Angeknipst unten hier und warten hier nach wie vor auf das erste Tor. Bernardo Silva sucht die Lücke. Da ist das D- Das Pedal. Luis Suárez. Und Luis Suárez. Der ist drin. Iches Resümee ziehst du nach den E- Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von Defensivarbeit haben die noch nicht viel gehört. Definitiv und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte. Da ist die Stasse. Dieses Spiel ließ die Fußballherzen höher schlagen. Auch wenn am Ende das Ergebnis nicht so war, wie man sich das vorgestellt hatte. Die Analyse zum Spiel. Hansi Küpper. Typischer Fall von ins offene Messer gelaufen. Sie haben die Zentralverteidigung offen gemacht und der Gegner hat sich ganz herzlich dafür bedankt. Das war's von uns. Ich bedanke mich bei meinem Kunden.